so ich habe hier weiß kirschrot gold und türkis grün und hier habe ich jetzt den muss ich mal schauen den cell creator und den bubble booster und den mische ich mir jetzt hier einmal eins zu eins zusammen und zwar nehme ich da 1 2 3 ja kommen egal vier tropfen und vom bubble booster natürlich das gleiche 1 2 3 4 so mich das einfach mal ein bisschen um dann werden wir ein paar stäbchen hier ok das dürfte eigentlich reichen normal ist natürlich nur in die farben immer ein zwei tropfen rein das reicht ja vielleicht hat noch so ein kippschutz ja ein tropfen aber egal ich müsste noch ein reinkommen rauskommen ok reicht auch einfach etwas umrühren damit sich das verteilt das weiß röm einfach um zur sicherheit also wie gesagt weiß nichts rein so stellt das mal zur seite werde mir jetzt kurz handschuhe anziehen und dann schmeiße ich euch runter zum bild dann seht ihr es besser ok ok bis gleich ok los geht's ich habe hier eine kleine spachtel einfach zum zweiten naja wird vielleicht ein bisschen anderen zwei wie sonst aber wir schauen mal ich dann nämlich nicht so viel aber nehmen bin auch mal gespannt wie dann dieser selkrader mit dem bubble booster reagiert anders heißt eigentlich möchte ich nicht das ganze bild voller farben knallen aber das werdet ihr gleich sehen so so wo wir hier vielleicht noch ein bisschen ok schicken wir das einfach mal leicht drüber das gleiche spiel jetzt auch noch mal jetzt noch von der anderen richtung ok die wo mich kennen wissen ja dass sie das meiste meistens auch noch mal von der anderen richtung mache so wie das die farbe noch reicht jetzt ziehe ich dann einfach noch mal leicht drüber das war ganz leicht so das war es nämlich eigentlich schon jetzt schaue ich dass ich hier noch ein bisschen farbe habe damit ich das loch hier zu bekomme ok ich will es jetzt noch nicht erhitzen schauen wir nicht dass wir das mal zu bekommen und somit ziehe ich das ganze auch noch etwas auseinander das war dann mit der anderen Seite so wie ihr auch noch mal siehst wenn ihr euch mal ganz kurz gut und könnt ihr euch auch mal außerdem aufsehen wie ihr euch mal aussehen und schaut euch mal aussehen so wie ihr euch an noch zu bekommen. Jetzt habe ich das natürlich ganz am Rand und lasse das jetzt wieder rüberlaufen. Und somit habe ich die Kante auch geschlossen. Okay, jetzt erhitzen wir es und dann schauen wir, was rauskommt. Ich hole noch mein Feuerzeug. Das reicht schon, weil ihr seht, es wird noch jetzt nach oben kommen, nacharbeiten und dann würde ich vorschlagen, dass wir das einfach wieder zehn Minuten einwirken lassen, damit ich die Kanten noch zu mache und dann zeige euch nochmal von nahem natürlich wieder, okay, dann bis gleich, also man sieht es hier schon, diese schönen Zellen, hier eine große Zelle mit, wie so Kleeblatt mäßig, sage ich mal, das ist halt das Faszinierende an diesem Cell Crater mit dem Bubble Booster zusammen, dass man einfach diese Zellen in Zellen bekommt. Okay, das Gold, wie gesagt, kommt natürlich erst, wenn es trocken ist, wieder richtig raus, aber das passt jetzt, hoffe ich, dass das hier auch nicht so arg zusammenläuft und dann ist das doch ein cooles Bild, also bis gleich. So Freunde, mussten wir das obere Licht ausmachen, sonst blendet es im ganzen Bild. Ist natürlich jetzt etwas dunkler wieder, aber ich denke mal, ihr seht das schon gut. So, seht ihr hier, hat natürlich jetzt etwas nachgearbeitet noch, deswegen lasse ich sie immer zehn Minuten einwirken, ja, das sieht auch cool aus, sieht aus wie so ein Ring. Dann haben wir hier trotz allem noch ein bisschen größer ein bisschen, und ihr seht, das läuft langsam schon zusammen, kann natürlich passieren, ich hatte ein bisschen wenig weiße Farbe für die Mitte noch, dann kann man das noch ein bisschen wegdrücken, genau, okay, aber dieser Ring ist natürlich genial, gut, ja, also gut, dann war es das schon wieder von mir, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe euch hat es wieder Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal, tschüss. Und dann bin ich, ich bedanke mich, ich habe es wieder von mir, ich bedanke mich, Vielen Dank.